Okay, also eben haben wir uns gerade mit dem Piano-Axiom beschäftigt und die Struktur der natürlichen Zahlen mithilfe der Piano-Axiome festgenagelt. Damit geben sich die Mathematiker aber nicht zufrieden. Jetzt haben wir die natürlichen Zahlen beschrieben, aber mit machen können wir noch nichts. Wir wollen aber was damit machen. Beispiel Biergarten. Hier, Sie beide sind im Biergarten, aber Ihr Kumpel hat wie immer sein Geld vergessen. Das heißt, Sie haben jetzt zwei Bierdeckel, bei Ihnen steht eine bestimmte natürliche Zahl drauf, bei Ihnen steht eine drauf, mit Nachfolger, Nachfolger, Nachfolger. Und jetzt sollen Sie seinen Bierdeckel mal mitbezahlen. Das heißt, Sie müssen diese beiden Zahlen addieren. Addieren wissen wir aber noch nicht, wie das geht. Rein intuitiv würde ich es an Ihrer Stelle so machen. Sie nehmen seinen Bierdeckel, streichen bei ihm einen Strich durch und machen da bei sich einen Nachfolger hin. Dann streichen Sie bei ihm den nächsten Strich durch und machen bei sich wieder einen Nachfolger hin. Und so weiter und so weiter, bis sein Bierdeckel leer ist. Und genau das ist das Prinzip, wie man Addition definiert aufgrund der Nachfolgerfunktion. Das machen wir jetzt mal. Wir definieren mal die Addition. So, die Addition natürlicher Zahlen. Die Addition wird, jetzt kommt ein neues Wort, rekursiv definiert. So, ich gebe dem Ding jetzt wieder mal einen Namen. Add 1. Add 1 soll sein, wenn ich zu einer natürlichen Zahl die Null dazu addiere, kommt wieder die natürliche Zahl selbst raus. Ja? So. Und jetzt Add 2. Wenn ich zu einer natürlichen Zahl machen wir mal M hier den Nachfolger einer natürlichen Zahl addiere, dann ist das das Gleiche, als würde ich erst M und N addieren und dann den Nachfolger bilden. Was bedeutet denn das? Wenn ich zu einer natürlichen Zahl, den Nachfolger einer natürlichen Zahl dazu addiere, also ich sage jetzt mal, N plus 1 addiere ich zu M dazu, ja? Dann ist das Gleiche, als würde ich erst M plus N addieren und dann 1 draufzählen. So. Diese Darstellung ist rekursiv. Was bedeutet das? Wo habe ich denn die rote Kreide hingetan? Ah, die liegt da oben. Naja gut, dann nehmen wir halt nehmen wir halt grün. Spielt ja keine Rolle, ja? Okay. Rekursiv deswegen, schauen Sie mal, weil hier in der Definition der Addition auch die Addition verwendet wird. Ja? Hier in der Definition, in diesem zweiten Fall, wird die Addition rekursiv verwendet. Also hier innen drin verwende ich das zu definierende in der Definition. Hier verwende ich das Pluszeichen. Ja? Das definiere ich ja gerade. Da kann man sich fragen, ist das erlaubt? Ist erlaubt bei so einer Art von Definition, weil die natürlichen Zahlen genau so aussehen, wie wir sie oben definiert haben. Ja? Ich kann Ihnen das jetzt mal an einem Beispiel erklären, wie das funktioniert. Angenommen, wir wollen mal addieren, Beispiel, ja? Wir wollen mal addieren zu der 1, wollen wir mal die 2 dazu addieren, ja? So. Wir wollen 1 plus 2 rechnen. So. Das haben wir hier oben definiert, wie die Addition, wir haben hier oben die Addition definiert, das müssen wir mal gucken, wie wir diese Definition hier verwenden können. Also, Sigma 0 plus Sigma von Sigma von 0. Dieser Fall hier oben trifft nicht zu, weil rechts neben dem Pluszeichen nicht 0 steht, sondern Sigma von Sigma von 0. Also müssen wir den Fall hier verwenden. So. Jetzt brauche ich noch eine andere Farbe. So. Wenn wir den Fall hier verwenden, dann ist das hier unser M. M plus Sigma von N. Das hier ist unser N. So. Wenn wir den Fall jetzt so praktisch instanziieren, dann kann man sagen, mit dem Teil add 2 hier, kann ich das dann auch so schreiben, als Sigma von M plus N. Das hier ist jetzt unser M. Das ist unser N. und das ist unser M. Ich habe praktisch Textersetzung gemacht. Ja, ich habe gesehen, das hier ist M. Das hier innen drin ist N. Und da muss ich jetzt M und N nehmen und hierfür einsetzen, ja, und das Sigma vorne dran stellen. Textersetzung. So. Und um zu kennzeichnen, dass ich add 2 verwendet habe, schreibe ich hier add 2 drüber. Okay. Ja gut, jetzt müssen wir mal gucken, was passiert jetzt. Welchen Fall können wir jetzt hier innen drin für das hier anwenden? Den ersten nicht, weil rechts neben dem Pluszeichen keine Null steht, also den zweiten. Ja. So, und dann ist jetzt, ja, das ist sozusagen, das war das alte N, jetzt kommt das neue N. Das neue N hier innen drin ist die Null. Das kann ich jetzt nicht so gut farblich markieren. Ja, also ich betrachte jetzt nur diesen Teil hier, den innen drin. Den muss ich jetzt verändern. Sigma Null ist M plus Sigma von N. Das ist jetzt mein neues N, ist die Null. Also hole ich dieses Sigma nach vorne. Ja, das heißt ja, das Sigma nach vorne holen hier. So. Ich habe jetzt aus diesem Teil dieses Sigma nach vorne geholt. Ja, Sie merken, wenn ich diese Regel anwende, wenn hier rechts lauter Sigma steht, wenn ich diese Regel mehrfach anwende, wird nach und nach immer ein Sigma nach vorne geholt. Ja, ein Strich von seinem Bierdeckel verschwindet und auf den anderen kommt ein Strich drauf. Da habe ich wieder das Art 2 angewendet. So. Und jetzt bei diesem Teil hier, da bin ich jetzt, da wende ich jetzt diese Regel an. Hier steht irgendein N plus Null und das ist eben dieses N. Sigma von Sigma von Sigma von Null. Das Plus Null, das hier sagt, das Plus Null kann man weglassen. Da habe ich jetzt Art 1 verwendet. Und das bedeutet letztendlich, dass 1 plus 2 gleich 3 ist. Überraschung. Warum funktioniert das jetzt so? Weil die Null kein Nachfolger ist, ganz am Anfang steht und wir hier bei dem N-Teil, bei dem hinteren Teil, immer um 1 kleiner werden. Das heißt, wir wenden diese Regel so oft an, bis alle Sigmas von hinten nach vorne geschaufelt sind. Die werden immer 1 kleiner und irgendwann steht hinten die Null und dann kann man den ersten Teil anwenden. So funktioniert die Addition, wenn man es auf natürlichen Zahlen betrachtet. Sie nehmen den zweiten Summanden, schaufeln die Sigmas ganz nach vorne und irgendwann steht hinten Null und dann können Sie die erste Regel anwenden. Sigma von Null plus Sigma von Sigma von Sigma von Sigma von Sigma von Null. 1 plus 4. Dann ist das hier mein M. Das heißt, wir müssen jetzt versuchen, das hier mit in Einklang zu bringen. Das ist das M, weil das hier links neben dem Pluszeichen steht und rechts neben dem Pluszeichen steht ein Sigma, und dann das N. Und dann fangen Sie an, den rechten Teil zu nehmen. Sie schreiben ein Sigma hin, kopieren Ihr M und Ihr N und dann gehen Sie wieder von der neuen Situation aus, Sie gucken sich nur dieses M plus N an und damit wird sozusagen hinten immer ein Sigma weniger, wenn Sie das nach vorne tun. Ja? 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 Vielen Dank.